So meine Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch hier aus Stuttgart Bad Cannstatt. Ich befinde mich hier in den Soli Thermen. Im Prinzip ein Wellnessbad mit Sauna, Dampfbad, verschiedenen Bäcken, Mineralbecken, mit Chlor, ohne Chlor, alles was man braucht. Tja, ich habe ein paar Stunden frei und gönne mir mal ein bisschen Entspannung. Ich werde hier ein paar Tage noch im Süden bleiben, Richtung Schweiz gehen und mich um ein paar Dinge kümmern. In diesem Sinne, meine Freunde, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ciao.